Man muss vielleicht nicht unbedingt solche Kunststücke drauf haben, aber um regelmäßig Fahrradfahren zu wollen, ist schon wichtig, dass man daran Spaß hat. Wie das Fahrradfahren an der Worcester Nordseeküste attraktiver werden kann, war deshalb das Thema des zweiten Workshop Ahoi. Dieses Mal vor dem Rathaus in Dorum. Vernetzung und Mobilität vor Ort waren zwei wichtige Themen, die bei vergangenen Veranstaltungen von Zukunft Ahoi geäußert wurden. Verknüpft werden sollen diese jetzt durch die sogenannte Tour de Wurten. Eine gemeinsame Fahrradtour durch die Ortschaften der Worcester Nordseeküste. Bei der Konzeptionierung zur Tour de Wurten war es ein sehr spannender Gruppenprozess. Wir hatten zwei Gruppen. Jede Gruppe hat sich mit den Fragen zur Tour beschäftigt und wie können wir diese gut entwickeln. Wir werden jetzt die Tour durchführen im August und die Tour wird wahrscheinlich eher etwas kleiner sein. Dafür wird sie kulinarisch sehr spannend. Der Mobilitätsverein Wurtenhopper hat außerdem die ausleihbaren Modelle ihrer elektrischen Lastenräder zur Probefahrt mitgebracht. In Zukunft sollen sie an verschiedenen Orten der Gemeinde in diesen Unterständen zu Ende sein. Jonas Hummel vom Werk e.V. hat außerdem ein neues E-Lastenrad vorgestellt, das aus modularen Bauteilen besteht und von ihm unter Anleitung selbst gebaut wurde. Dieses Lastenrad wird letztendlich in den Fuhrpark von den Wurtenhoppern übergehen. Jonas hat uns einfach eine sehr gute Einführung gegeben in Bezug auf Pflege, Transformierung des Lastenrades und wir sind gut vorbereitet. Jörg Pfaffenroth, unser Gemeindejugendpfleger, war während des gesamten Workshops ein Anlaufpunkt für die Kinder. Man konnte bei ihm Switch spielen, Mario Kart oder Go-Karts ausleihen oder malen. Also er hatte für alle was dabei. Außerdem war Arne von der Pizzamanufaktur dabei hier in Dorum und hat für uns Pizza gebacken. Zudem war noch Wood & Metal dabei, die haben Musik gemacht für uns. Und das auch während der Kunstradshow des Dorumer Turn- und Sportvereins. Die haben mit ihrem Auftritt nochmal unterstrichen, dass Radfahren nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck sein muss. Und bei der demnächst stattfindenden Tour de Wurten können das alle Teilnehmenden auch nochmal selbst erleben.